Ja Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Origin. Wir wollen heute den scheiß Timer hier ankriegen. Geht den scheiß Timer nicht an? So, jetzt. Die zwei Quests hier noch machen. Den Subback und den dritten. Das ist so eine Community-Aufgabe-Challenge. Okay, was muss ich jetzt bei ihm machen? Wahrscheinlich auch wieder die Brust schießen. Er schickt mir wahrscheinlich... Okay, wir müssen... Okay, ist das gleiche wie bei dem anderen? Ah, nicht ganz das gleiche. Ich muss weiter zurück, dass ich den Dingern besser ausweichen kann, wenn die denn kommen. Okay, warte mal. Wir sind safe. Aber... Ein bisschen Munition wäre wieder ganz geil. Der gleiche, nur eine andere Verkleidung. Aua. Ah, hier ist noch was. Super. Da sind da noch was. Aber Viecher oder so hat der bis jetzt noch nicht so geschickt. Das ist ja die Frage, ich bekomme was. Ist das erst, wenn alle Leute die ganz am Ende von der... Oder... Oh, was ist jetzt? Doch, er hat Viecher. Viecher. Die Stoffe, wenn du in der Animation... Scheiße. Oder so. So, ich muss ein bisschen wieder Zeug absammeln. Ich kümmere mich gleich mal um dich, mein Freund. Alter, ich bin fast tot. Eigentlich bin ich schon wieder raus. Komm schon. Komm schon. Oh Gott sei. Okay. Okay, jetzt ist er... Wieder gepanzert. Ei, 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 ei. Der ist ein bisschen schwieriger als der Antritt, als Anubis. Habe ich das so das Gefühl? Wir haben ihn aber auch schon bei, Herr Alp. Okay, das war neu. Okay, das kann ich nicht blocken. Das kann ich blocken. Okay, das kann ich nicht blocken. Ah. Komm schon. Komm schon. Jetzt kommt er noch. Ich muss den Versuch quieten. Hmm. Ich muss das schwer. Jetzt hinter sich... Untertitelung. BR 2018 seine eigenen leute komm schon ich kriegte schon krägte ich weiß dass daraus daraus ja 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 wir Nein! Nein! Wo, 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 komm. Das wär weiter gewesen. So, lass mal hier alles ein. Ich würd mal gern ein bisschen Leben haben. Ist hier alles sehr minimal gerade. Du hast den Gott besiegt. Okay. Okay, dann die letzte Quest. Das letzte Ereignis. Anubis Sachmetz. Karte, das war ja irgendwo da unten. Da war das. Dann müssen wir ein gutes Stück reisen. Moment. Ich hab mir jetzt übrigens den DLC gekauft. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es dann DLC Action. Das heißt, dann spiel ich den, den... So weg und... Den anderen weiß ich gar nicht. Dann spiel ich den DLC mal. Vielleicht mach ich das heute noch. Okay, wir haben was bekommen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Wir haben ein Zepter bekommen. Okay. Probier nicht mal. Äh... Wartet mal. Kann man hier irgendwo was verkaufen? Ich hab so viel Stuff. Wie sieht es denn bei dir aus? Was fehlt dir? Hey, wie viel willst du für dieses Abzeichen? Ach, da ist ein... Da ist ein Schmied. Hat er mir jetzt hinterher? Da ist ein Schmied. So. So, erstmal... Verkaufen. Das zum Beispiel weg. Das weg. Das Doppelschwerter behaltener. Schädelspalter... Seltene Schätze! Direkt aus den Händen der Götter! Ach, komm, ich hab drei Stück hier. Passt du Interesse? Nee, grad nicht. Äh... Komm, hier die Jagd... Schädelspalter noch weg. Nutze ich eh nicht. Und aufrüsten. B-B-B-B-Ultima Klinge. Die benutzen wir ja relativ viel. Jagdbögen. Ähm... Ja, gut. Reicht dir erstmal... Immer wieder ein Vergnügen. Ähm... Bum, bum, bum. Hier sind auch so viele Nebenquests offen, ey. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Aber das mach ich wie gesagt immer alles im Stream. Strasse verfolgen, nicht verfügbar. Strasse verfolgen, nicht verfügbar. Will der mich verarschen? Oh! 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 Okay, da kommen wir schon mal nicht hin. Warum ist das nicht verfügbar? Hm. Habe ich ja irgendwie einen besseren Ort? Ne, hab ich nicht. Das heißt, ich muss da auf die andere Seite. Guck mal, da ist doch zum Beispiel eine Brücke. Warum nimmt der die nicht? Wow! Der ist ja noch dümmer als die da. Straße verfolgen, nicht verfügbar. Ey, das würde mich doch verarschen, das Vieh. Ich wusste gar nicht, dass es dann auch so Community Events gibt. Wow! Keine Ahnung, was da das Problem ist. Wir reiten jetzt auch erstmal wieder in ein unentdecktes Land. Da waren wir noch nicht. Neue Oase der weißen Wüste. Oh Gott, wir haben da noch so viel zu tun. Guck mal. Jetzt geht es gerade. Aber guck mal, was hier noch so offen ist an Schätzen. Fragezeichen. Wir sind da lang. Hm, keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich kann es euch nicht sagen, leider. sch Sag her, dass du hier nicht fühlst. Wir spielen einen Schwer, egal. Oh. Ist einfach ein Fisch vom Himmel gefallen. Mann, hier ist ja gar nichts. Komplett leere Wüste hier. Da ist ein... So zwei, drei Kleinigkeiten sind da. Okay. Kann man machen. Der ist ja einfach ein Fisch vom Himmel. Glaub's nicht. Da ist es. Die letzte Animus-Störung. Die Scheretz. Okay. Das ist alles sehr seltsam hier gerade. Wo willst du mich denn losen, mein Freund? Hä? Verrasch'n mich doch hier. Okay, last one. Okay, die hat irgendwas mit Feuer. Okay, scheiße. Kommt da nicht, kommt da nicht, kommt da nicht. Okay, so könnte ich entkommen. Das kommt jetzt. Ah, ist ein Verge-Modus. Ah, okay. Ah, ich habe ja schon lange keine Werfer mehr mit dem Rage-Modus. Das ist der Zepter, den ich bekommen habe. Ja, ja, ist ja gut. Das kommt jetzt. Aus. Du bist ein Atele. Du bist ein Atele. Du bist ein Atele. Deneben. Oh, Feuer. Ja, ich war da schon raus. Aus. 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 herr nr dennoch sie an was sie fertig jetzt kommt auch was kommt ihr wieder scheiße ich muss aus der flammer raus ich sehe die flamme noch nicht ja ja schlampe mehr schwierigkeiten als die typen weil das auch so krasse fläche schaden hat also kannst du brauchst da nicht mehr direkte bürger sondern einfach nur in der nähe stehen dann ist ja schon ganz da schon ja zum beispiel ich war jetzt schon raus das muss auch mal hier Du hast wieder raus, aber ich habe hier wieder Feuer gefangen. Ah, scheiße. Du hast meine Arzt! Au, ich bin doch schon vorbei! Au, 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 scheiße, 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 scheiße. Was war denn Flammsstrahlen mal weg rein? Oh, au, 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 au muss ich jetzt jetzt muss ich flüchten das muss ich mal regenerieren ja gut die dinger sind diese feuerbälle sind ja eigentlich wie die hier in bei dem ersten naja muss ja gut in form sein ja komm er wolle das war's was bekomme ich jetzt grabwächter schild bei dem ersten auch was bekommen wir zwei mal gemacht müssten wir ja eigentlich oh ja 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 das war ja 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 Ja, kann man nehmen. Kann man sehr, sehr gut nehmen. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ich denke, ich werde jetzt noch mal ein bisschen was anderes spielen. Ich habe jetzt auch wieder ein Stündchen. Ich mache jetzt den DLC, das weiß ich noch nicht. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem morgen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed hier auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Ciao.